Meine lieben Lichtseelen, die Zeit wird immer stärker und bedeutender. Ihr alle auf diesen Erdenplaneten wird geprüft, in eurem Vertrauen zu euch selbst und zu uns der geistigen Welt. Es kommen immer mehr Seelen zu Wort, die mit uns sehr stark verbunden sind. Ihre Aufgaben sind, diese Channelings an die Außenwelt zu zeigen. Ein jeder von euch wurde gerufen, jeder auf seine Art und Weise. Doch ihr habt es gespürt, die Zeiten werden noch viel stärker, dass ihr liebe Lichtseelen euren Auftrag auf diesen Erdenplaneten vollziehen könnt und handeln in barmherzigbarer Liebe. Lasst eure Herzen strahlen und zeigt sie nach außen. Gebt ein jeden die Hand. Es sind alles Kinder Gottes und jeder Einzelne will dort zurückkommen, für das er sich einst inkarniert hat. Seid euch gewiss, auch wenn manche das nicht glauben, es ist so auf dieser Erde, ihr könnt so viel, was euch belastet und noch blockiert, auflösen, durch unsere Gnade. Bitte vertraut eurer inneren Stimme, euren Träumen und Emotionen oder Situationen. Es werden so viele Sachen euch gezeigt, spiegeln, an jeder Mensch, der mit euch in Kontakt steht, hat in eurem Leben eine besondere Bedeutung. Auch wenn manche Situationen schmerzhaft sind, bitte nehmt sie an, löst sie somit auf und viele Blockaden und Ängste, Zukunftsangst, zeigen euch eine andere Türe, die ganze von alleine aufgeht, sobald ihr die anderen schließt. Aus dem Chaos auf eurer Erde wird die Ordnung in ihren Weg finden, durch eure Hilfe eines jeden, ob klein oder groß. Jeder von euch ist einzigartig und lasst ihn euch spüren und stärkt euch mit diesen Worten jeden Tag und lasst Licht durch eure Seelen fließen und Körpern, reinigt euch mit unseren Lichtsegen. Erbittet und es wird euch geholfen. Ein jeder hat einen Schutzengel. Gibt ihm die Erlaubnis, in eurer Zeit zu wirken und auch zu unterstützen. Sie warten nur darauf, diese Aufgaben im Licht der Amt zu nehmen. Liebe Seelen, nun habt ihr wieder von uns gehört und bleibt in euren Gebeten, sowie im Stillen, denn dort liegt die Kraft. Prüft immer, immer im Inneren und handelt danach im Außen. Wir lieben euch, segnen euch mit aller Liebe, die wir in uns tragen und danken von Herzen für euer Vertrauen. Alles Liebe, seid gesegnet, ihr lieben Erdenseelen. Ihr seid nicht alleine, wir sind immer bei euch da und leuchten euch den Weg. Die Zeit wird immer liebevoller in euch. Findet ihr den Weg der Wahrheit. Amen. El-Achai Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020